Bilder, die erinnerungswert behalten. Fast private Szenen, in denen sich die Atmosphäre des Arbeitsbesuches widerspiegelt, den Kanzler Kiesinger Lyndon B. Johnson abstattete. Die Übereinstimmung in politischen Grundsatzfragen setzte sich auch außerhalb der Konferenzarbeit fort. Während Präsident Johnson sich zunehmend mit den Aufgaben eines frischgebackenen Großvaters befreundet, ist der Bundeskanzler bereits wohlgeübt im Umgang mit Enkelkindern. Im Hause seiner in Amerika verheirateten Tochter unterwies er seine Enkelin Fröschle in der Kunst sich in allen Lagen im Sattel zu halten.